In Wolf geht es um den Wolf, wobei der Wolf eigentlich StellvertreterInnen für alle marginalisierten Kreaturen und Wesen auf der ganzen Welt steht, sozusagen als Outsider oder als Outlaw versucht in dem Stück gemeinsam mit dem Ensemble, die auch alle da alleine auftauchen, einen Pack, einen Rudel zu bilden. Und die versuchen dann wiederum mit der restlichen Welt zusammenzukommen und eine heterogene Gruppe zu bilden. Die Utopie dieses Stücks ist, dass die Unterschiedlichkeit, in der wir uns begegnen, was Bereicherndes und ein Geschenk ist und eine Frage aufmacht und eher sozusagen Räume öffnet, dass wir in der Fremde eigentlich einen neuen Raum erschaffen können, der dann uns gehört und der bevölkert werden kann mit dieser neuen Sprache, die wir aus den Versatzstücken, aus den Professionen entstehen lassen können. Erstmal habe ich schon sehr viele Konzerte in diesem Saal gespielt und den mal so anders zu erleben. Ich finde es auch ganz toll, dass ihr vom Haus irgendwie so weit hier mitgegangen seid und kann es jedem nur ans Herz legen. regelten